Hier in diesem Saal oder im Nachbarraum war ich genau 17 Mal, manche Tage von früh bis nachts, zum Untersuchungsausschuss Zukunftsmuseum. Und es ist völlig legitim, einen Untersuchungsausschuss einzufordern, wenn man meint, es ist was schiefgelaufen. Aber man muss auch dazulernen und sich eines Besseren belehren dürfen, wenn es denn nicht so war. Ich sage Ihnen genau drei Beispiele dazu. Und zwar das eine, man hat diesem Museum zweimal 8 Millionen freigegeben. In Seehoferzeiten wurden für über 100 Millionen, damals noch D-Mark, zehn Jahre zuvor ein Museum nur das Gebäude erstellt. Also bei der Teuerung kann das so gar nicht mit weniger Geld funktionieren. Das zweite, der ORH hat diskritisiert diese Mietkosten, aber hat nie Vergleichswerte in Nürnberg herangezogen und hat es erst an die Presse gegeben und dann an den Haushaltsausschuss. Finde ich schon ziemlich verwerflich. Und wenn man über die Spenden spricht, die Spendenhöhe, das Gesetz, ab welcher Höhe veröffentlicht werden muss, das haben alle anderen Parteien in Berlin beschlossen. Und damals wurde sogar die FDP eine höhere Veröffentlichungsgrenze. Also wir Freien Wähler können auch mit 100 Euro leben, ab da, wo die Spenden öffentlich gemacht werden. Ich verstehe es nicht, dass das Resümee ist, dass immer noch was falsch ist. Und es ist auch völlig legitim, eines Finanzministers, der das angeregt hat, dieses Museum bis zum Schluss im Auge zu halten. Wir tun das alle. Jeder, der gute Politikerin ist und ein guter Politiker, hat bis zum Schluss im Auge, ob sein Projekt wirklich umgesetzt wird. Sehr interessant ist auch, dass wir zwei Gutachter hatten. Also der zweite Gutachter war ausdrücklich der Wunsch der Opposition. Wir sind ihm nachgegangen, normalerweise einigt man sich auf einen. Wir haben das extra getan und stellen Sie sich vor, dann kam nicht raus, was die Opposition wollte. Und dann hat man an diesen Gutachter gezweifelt, an seinem eigenen. Mir kam es manchmal vor, wie eine Neiddebatte, dass man Nürnberg an so einem schönen Platz dieses Museum nicht gegönnt hat. Wir müssen eines bedenken, in München für das Deutsche Museum gehen wir jährlich so immer um die 35 Millionen aus. Also dann hat Nürnberg endlich auch ein Museum verdient.